Hä? What the film are we watching? Ja, da muss man sich sehr konzentrieren, diesen Filmtitel zu sagen. Ja. Der neue Streifen von Martin McDonag. Donag? Donag? Donag. Donner. Das G ist stumm. Den kennt man vielleicht oder die meisten von Brügge sehen und sterben oder Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Ist da ein Psychos zwischendurch? Genau, was ich zum Schluss nennen wollte, weil es tatsächlich mein Lieblingsfilm von ihm ist. Oh, wirklich? Einer meiner Lieblingsfilme und ich finde den super underrated. Ich finde ihn auch. Ich finde ihn okay gut. Ich finde ihn schwächer als Brügge sehen und sterben zum Beispiel. Das ist bislang für mich der stärkste Film von ihm gewesen. Okay, das deutet sich etwas an. Nee, tatsächlich. Ich finde sieben Psychos. Ich mag die Selbstironie darin am meisten, wie sich der Film selbst vorerzählt so ein bisschen. Das ist super clever. Ja, ich finde, dass die ersten Filme von ihm natürlich auch sehr geprägt sind von seinem Humor. Also gerade bei Brügge sehen und sterben, wie oft da irgendwelche Kleinwüchsigen für irgendwelche Jokes hinhalten oder herhalten müssen. Ja. Sehr schwarz immer. Und interessanterweise merkt man jetzt in seinem neuen Film, dass auch schon bei Billboards ging es zurück, mit dieser Art von Humor zumindest. Auch bei den Banschies ist es immer noch da, aber ich weiß nicht, ob man das als Reifeprozess dann ansehen kann. Aber man sieht, dass er in ernstere Tonalitäten kommt. Ja, also weiterhin witzig, weiterhin ein sehr dunkler Humor. Wir sehen aber vor allem mal wieder, und weil wir gerade auch über Brügge sehen und sterben gesprochen haben, Colin Farrell und Brandon Gleeson wieder zusammen vor der Kamera. Ja. Colin Farrell und Brandon Gleeson sind zwei Freunde auf einer irischen Insel. In Sherin. In Sherin, genau. Und wir befinden uns zeitlich Mitte der 20er Jahre, während im Rest von Irland Bürgerkrieg herrscht. Und Brandon Gleeson, der Colm spielt, kündigt Colin Farrells Charakter vom einen auf den anderen Tag die Freundschaft und möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben, sondern möchte sich Dingen widmen. Nämlich in diesem Fall dem Geigespielen hauptsächlich und dem Komponieren von Liedern. Mit der Begründung, dass er seine Zeit nicht mehr mit dem Reden verplempern möchte, sondern dass er was machen möchte, was bleibt und sozusagen, dass er etwas erreichen möchte beziehungsweise etwas haben möchte, an was sich nachfolgende Generationen noch erinnern können an ihn. Hast du denn schon mal jemandem die Freundschaft gekündigt? Oder hat dir schon mal jemandem die Freundschaft gekündigt? Nicht so auf diese Art und Weise. Ja, ist schon interessant. Also mir ist das auch noch nicht passiert, wie sich das da unterscheidet zu einer Partnerschaft oder bis hin zu einer Ehe. Dass Freundschaften ja im Regelfall eigentlich, wenn sie auseinander gehen, dann ausklingen. Oder wenn irgendeine Person vielleicht sogar sagt, ach, irgendwie das ist nichts mehr für mich, dann weiß ich nicht, heutzutage wird man weggeghostet. Ja, das geht auf einer Insel natürlich schlecht. Ja, es geht schlechter, genau richtig. EinwohnerInnen. Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass die beiden eine lebenslange Freundschaft haben. Also ihr ganzes Leben kennen die sich schon und begleiten die sich. Ja, jeden Tag, zwei Mittags, holt Patrick Korn eigentlich ab und sie gehen ins Pub. Trinken das eine oder andere Pint und unterhalten sich über mehr oder weniger Nonsens. Eines bekommt man mit, da ging es um Gegenstände, die Patrick im Kot seines Esels gefunden hat. Na, und Jenny? Seine Eselin, ja. Ja, ein, ich nehme es vorweg, ein sehr rührender, gut gespielter und nachdenklicher Film, in dem ich sehr viel gefunden habe, weil der Film in eine sehr philosophische Fragestellung geht, wie, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Welche Person will ich eigentlich sein? Wie kommentiere ich das nach außen? Wie kommentiere ich das nach außen? Was macht das mit meinem Umfeld, mit meinem sozialen Umfeld? Was bedeutet es eigentlich in seinem Leben, Entscheidungen auch zu treffen? Also, ein Film, der mich sehr überrascht hat, einfach, weil er natürlich eher eine schwarze Tragik-Komödie ist. Und auch hier kommt Martin McDonnell nicht drumherum, noch verstümmelte Hände ins Bild halten zu müssen, als Gag, also visueller Gag. Aber ja, ein Film, über den ich im Nachhinein noch sehr gerne nachgedacht habe einfach. Ja, er regt definitiv zum Nachhinein an. Er ist an sich wahnsinnig traurig, würde ich sagen. Es ist eine, klar lacht man an der einen oder anderen Stelle, aber was eigentlich so ein bisschen, es ist eigentlich eine traurige, eine sehr traurige Geschichte. Denn irgendwie wissen beide, auch wenn sie lebenslange Freunde sind, nicht so ganz richtig miteinander zu kommunizieren und scheitern daran mehr. Oder weniger. Und es zieht auch andere im Dorf ja ein bisschen mit in Mitleidenschaft. Wollen wir erst ein bisschen über den Comedy-Aspekt oder über den Tragik-Aspekt sprechen? Nee, wir können ja direkt anknüpfen. Also, was du gerade gesagt hast, man erlebt, man weiß ja nicht, wie die beiden vorher zusammen gelebt oder gewirkt haben. Man kriegt es nur mit, dass anscheinend Corm im sozialen Ranking im Dorf höher gestellt war als Patrick. Ja. Letzterer ist eher so ein, er ist der nette Kerl. Er ist immer nett, er macht es allen recht, dafür sehr wenig Tiefgang in dem, was er sagt. Also er hat halt, er schlebt mit seiner Schwester zusammen, treibt tagsüber irgendwelche Viehherden zusammen. Das ist anscheinend das, was er beruflich macht. Das Bauer bringt die Milch zum nächstgrößeren Hafen. Genau, und Corm ist ein bisschen mehr die kreative Seele, der auch im Pub dann abends noch die Geige spielt und, sag ich mal, für soziale Aspekte sorgt im Pub, im Dorf. Und deswegen, glaube ich, einfach auch angesehener ist. Und deswegen wirken sie schon wie ein sehr ungleiches Paar. Also wenn man sie, so den Film über, kennenlernt, würde man sie auch gar nicht zusammentun als beste Freunde. Nee, definitiv nicht. Was das Ganze ja sehr interessant macht. Genau, richtig. Und für die Komik. Ja, wo man auch merkt, also ich finde, man, also ein Aspekt, der sich auftut, ist, dass der Film beide Perspektiven sehr gut beleuchtet. Also kannst du dir kurz sagen, auf wessen Seite du dich mehr geschlagen hast? Aber ich finde, dass der Film da relativ neutral ist, was ich gut finde, weil man irgendwie beide Perspektiven verstehen kann. Also man hat dieses absolut verletzt sein und die Welt nicht mehr verstehen von Patrick. Weil, also, wenn man 20 Jahre lang jeden Tag ins Pub geht und auf einmal sagt da eine, er will nicht mehr Freunde sein. Ja, wo kommt das denn her? Und dann hat man Korn, den man auch ein bisschen versteht, weil man Patrick auch langsam kennenlernt als ein Typ, der, also wenn man mit dem 10 Minuten redet, dann will man eigentlich auch schon wieder, also dann hat man sich alles gesagt, ne? Ja. Und man kann da irgendwie auch mitfilmen, dass Korn so langsam merkt, ja, eigentlich will er mehr haben als nur das. Ja, ich habe mich tatsächlich auf keine der beiden Seiten so wirklich geschlagen. Und das ist auch eine Person, die mir ein bisschen gefehlt hat, weil ich einfach den ganzen Film über einfach nur wollte, dass sie mal Klartext miteinander reden, weil sie das meiner Meinung nach nie wirklich gemacht haben. Und diese Person hat mir im Film so ein bisschen gefehlt. Weil es ist ja anfangs der Konflikt nur, dass Korn sagt, er hat keinen Bock mehr und er soll ihn in Ruhe lassen. Und als Patrick das nicht macht, droht er ihm ja sozusagen, also das Ganze steigert er sehr, indem er sagt, okay, wenn du mit mir redest, egal was und wenn es nur ein Hallo ist, dann hackt er sich einen Finger ab für jedes Mal, dass Patrick mit ihm spricht. Und zwar auch noch die Hand, mit der er Geige spielt. Also nicht die Bogenhand, sondern die Seitenhand. Irgendwie gibt es aber niemanden, der, also alle reden auf Patrick ein, dass er das halt einfach dem befolgen soll und so weiter und so fort. Aber niemand sagt zu Korn, dass er vielleicht ein bisschen drüber reagiert. Ein bisschen drüber ist, ja. Ja, und ich wollte einfach nur, dass die beiden sich einfach mal am Tisch setzen, den ganzen Film über und einfach mal Klartext miteinander reden, weil sie das nicht hingekriegt haben. Und ich habe mich mit beiden irgendwie identifizieren können, weil auf der einen Seite dachte ich mir, ja, okay, auf der einen Seite hat man es zu respektieren, wenn jemand sagt, hey, ich möchte nicht mehr so viel mit dir zu tun haben. Auf der anderen Seite kann ich aber genauso gut nachvollziehen, dass man natürlich Bedarf hat, darüber zu sprechen, warum. Und man das nicht einfach hinnehmen möchte. Ja, es ist auch irgendwann ein sehr männlicher Konflikt, finde ich. Also beide sind dann sehr stur, also vor allem Korn ist sehr stur am Anfang. Und Patrick sucht ja die Kommunikation. Aber irgendwann kippt es bei beiden so in der Richtung der Eskalation einfach. Und wo, sag ich mal, die Schwester ein bisschen als normal funktionierende und kommunizierende Figur funktioniert, die sich ja dann auch am Ende des Films dazu entschließt, die Insel zu verlassen, weil sie merkt, sie muss was in ihrem Leben verändern. Ist auch ein ganz großes Thema in diesem Film. Auf der Insel, alle leben nur vor sich hin, ihr Leben lang. Und deswegen explodiert dieses Fass irgendwann. Ja, es haben auch alle auf dieser Insel einfach so ein bisschen eine Schraube locker, um es mal nett zu formulieren. Aber irgendwie hat jeder schon so seinen eigenen Tick, der bei den Typen im Pub, die sich permanent gegenseitig wiederholt haben, aber eigentlich auch nicht wirklich teilhaben. Ja, die auch nur so beobachten, Leute, und die sagen dann auch ab und zu mal ihre Meinung. Aber mehr ist es dann auch nicht. Also das ist so wirklich der Stereotyp von da geboren, da gestorben und sonst zwischendrin halt nicht viel gemacht, außer auf der Insel gewesen zu sein. Ja. Aber das ist auch eine sehr interessante Fragestellung, die dieser Film macht. Was brauche ich denn, um ein erfülltes Leben zu haben? Also Colin stellt sich dann ja irgendwann die Frage und fühlt sich auch so ein bisschen intellektueller als die anderen. Obwohl er irgendwann dann sehr schön von der Schwester korrigiert wird, dass Mozart nicht im 17., sondern im 18. Jahrhundert gelebt hat. Das war sehr gut. Aber gerade in der Szene, wo sie ihn korrigiert, ist Patrick ja arg angetütelt und redet mal frei von der Seele und erzählt eigentlich, weil es geht darum, dass Colin sagt, niemand wird sich an dich erinnern, wenn du nicht was Großes in deinem Leben gemacht hast. Deswegen will er dieses Musikstück schreiben. Und Patrick sagt einfach nur, ich werde mich an meine Mama erinnern, weil die war verdammt nett. Ich werde mich an meine Schwester erinnern, weil die war verdammt nett. Und der Film urteilt da überhaupt nicht, sondern hat eigentlich diese zwei Extreme im Leben oder Möglichkeiten auch oder Bedürfnisse, die wahrscheinlich jeder von uns in sich trägt. Dieses Einfache, aber auch den Hang dazu, was zu hinterlassen im Leben. Ja, das ist ein wahnsinnig großes und schönes Thema. Genau, diesen schönen Spagat macht der Film. Ja, und dass er da überhaupt nicht wertend ist. Ich meine, das, was wir hier gerade machen, ist ja auch so ein bisschen eine Art und Weise, was Colin macht. Wir hinterlassen ja auch irgendwie unsere Meinung irgendwo. Ja, genau. Unser Podcast ist unsere Legacy in unserem Leben. Wer weiß, vielleicht wird sie das ja. Aber ja, es sind natürlich die zwei Extreme. Und es ist kein, also ich weiß nicht, es ist kein Schwarz und Weiß, wissen wir alle. Und wie diese Welten aufeinander prallen, ist aber vor allem in dieser Szene einfach wundervoll inszeniert. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen konstruiert. Natürlich. Und ein paar emotionale Reaktionen sind einfach auch ein bisschen drüber, wo man mit ganz einfachen Worten, hast du ja schon gesagt. Genau, das macht der Film natürlich einfach auch um das Plotwillen sozusagen, um diese Eskalation am Ende herbeizuführen. Eine sehr schöne Figur, schöne Figur, eine sehr tolle Figur, ist die von Dominik, der Dorftrottel. Ja. Der Sohn des Polizisten, der zuerst so ein bisschen als nervig daherkommt, dann aber eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine sehr ehrliche Moralinstanz ist, weil er dadurch, dass er ja nicht ganz so auf der Höhe ist, sehr frei von der Seele redet. Und also in beide Richtungen halt auch. Also er ist einfach zu direkt in die eine Richtung, aber manchmal ist er ja schön direkt in die andere Richtung. Da gibt es eine sehr schöne Szene, weil Patrick sich fragt, war er sein Leben lang viel zu nett? Und jetzt muss er ja vielleicht mal anfangen, auch mal nicht nett zu sein und wird sich an Corm rächen und sagt einem seiner Freunde, dass sein Vater oder seine Mutter, ich glaube, von dem Becker-Auto umgefahren wurde, nur um Corm eins auszuwischen. Und später erzählt er das Dominik. Und Dominik ist völlig entsetzt. Und das ist so eine schöne Szene, weil wir ihn davor als diesen Dorftrottel kennengelernt haben, der Clown der Insel sozusagen, der auf einmal aber die einzige richtige moralische Instanz oder den richtigen moralischen Kompass sozusagen hat. Der hat eine Ethik für sich, was ganz rührend war. Da dann zu sagen, hey, du bist damit nicht besser. Und es war, also diese Figuren sind in sich so schlüssig und harmonieren so gut miteinander in so vielen Instanzen, wo wir gerade eh von Dominik sprechen. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir bislang noch nicht beantworten konnte, so wirklich. Und ich würde gerne mal wissen, was du oder wie du das Ganze interpretierst. Und Spoiler-Alarm, Dominik stirbt am Ende. Warum? Also auch der Zusammenhang zur Geschichte insgesamt ist mir da einfach nicht, also weiß ich nicht. Also erstens wird er mit diesem Haken aus dem See, glaube ich, gefischt, den er am Anfang findet. Und sich fragt, was macht man damit eigentlich? Ja, das ist einfach nur, zeigt mal wieder, wie schön der geschrieben ist, weil alles seinen Anfangs- und Endpunkt hat. Ich hab's, also davor ist ja die Szene, wo er Patricks Schwester, seine Liebe gesteht sozusagen. Oh, so eine herzzerreißende Szene. Ja. Weil man die Antwort natürlich vorher schon kennt. Und er, ja, er hat ja auch ein sehr schwieriges Zuhause mit einem Vater, der ihn misshandelt. Ja, und hat dann diesen ehrlichen Moment, wo er einfach, wo er weiß selbst, er wird niemals wahrscheinlich eine Frau, Freundin finden, aber er probiert's halt trotzdem und dann geht er halt. Und man kann beides interpretieren, einfach, dass er tatsächlich einfach nur in den See gefallen ist und ertrunken ist oder er hat sich eben das Leben genommen auf sehr tragische Art und Weise. Und so oder so ist er, ist er so ein bisschen der Verlierer, ne, des Films oder der Verlierer auch der Gesamtsituation auf dieser Insel zu sein und eigentlich steckt so viel in ihm drin, aber er wird da niemals wegkommen können. Also andere Figuren haben Entscheidungen, die sie treffen können. Die Schwester macht das zum Beispiel und er wird da nie wegkommen können und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen so symbolisch von... Ja, vielleicht soll das, ja, jetzt wo du es so sagst, vielleicht soll er auch den Gegensatz zur Schwester, zur Shoban darstellen. Sie, die es schafft rauszukommen und er, der eigentlich, der es eben nicht schafft, irgendwie über den, Tellerrand hinaus zu sehen. Ja, obwohl das eigentlich... Mehr oder weniger. Ja, irgendwie schon, aber es ist ja, weiß ich nicht, es klang so ein bisschen, als wäre das so die letzte Frau auf der Insel, die er angesprochen hat, die er hätte haben können. Und, also ich habe das schon eher als Selbstmord interpretiert. Er stand ja oben an der Klippe, als Patrick, nicht Patrick, Patrick, seiner Schwester gewunken hat. Da hat man ja ihm im Hintergrund schon gesehen und wusste, irgendjemand steht da oben. Man wusste nur nicht, wer. Ah, aber sie haben ihn... Hast du das... Sie haben ihn aus dem... Ich habe das so interpretiert, als dass das die alte Oma war. Ja, aber da... da wüsste ich nicht, warum Choban dann so komisch geschaut hat, weil sie hat das ja schon gesehen. Ah, Sie hat ja gesehen, dass da irgendwas passiert und hat jetzt nicht unbedingt... Also sie wirkte entsetzt, aber das sehen wir natürlich als Zusehende im Close-Up sehr viel besser, als dass das Patrick gesehen hat, der kilometerweit weg stand. Ah, man hat den aus dem Meer gefischt oder aus diesem kleinen See? Es war aus dem See. Egal, egal, aber ja, also der Selbstmord liegt nahe, macht es umso tragischer. Ja. Aber es ist so schön geschriebene, tragische Figur, Dominik. Ja, ich hoffe, dass er einfach nur nicht sterben musste, um daraus irgendwie noch eine richtige Tragik zu machen, weil, weiß ich nicht, das würde mir sehr leid tun für den Charakter. Ja, so ein bisschen. Natürlich, ja. Ich weiß nicht, irgendwie, ich finde noch nicht so den Sinn dahinter, warum ausgerechnet er sterben musste, der ja gar nichts mit diesem Konflikt zu tun hatte und der eskaliert ja bei Colm und Patrick ja sogar so weit, dass, also Patrick, Colm ja droht, ihn umzubringen, indem er sein Haus anzündet. Er sagt es ihm zwar vorher, aber das eskaliert ja so krass und irgendwie ist er der, der ja, aber das steht ja nicht mal im Zusammenhang mit dem Konflikt. Deswegen, ich weiß nicht. Naja, er steht ja schon mal ein bisschen mittendrin, weil er mit Patrick immer abhängt. Ja, aber er ist jetzt nicht in diesem Konflikt direkt involviert. Nee, aber ich finde, also er gerät ja nicht zwischen die Fronten oder so. Nee, das stimmt, aber die ganze Insel ist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen entzweit, aber das ganze Inselleben ist ja sehr in sich geschlossen und es gibt verschiedene Typ-Menschen, die repräsentiert werden, auch der Polizist, der, ja dieses, die Ausnutzung seiner Macht, Gewalt, die er hat als Polizist repräsentiert. Generell einfach ein Typ ist, der auf Gewalt und Unterdrückung steht und auch auf, ich glaube, irgendwelche, die hängen da irgendwelche Leute und der geht aufs Festland und guckt zu und alles ihm halt Spaß macht und dann gibt es noch die Besitzerin von diesem kleinen Ladensupermarkt, was auch immer, die versucht jeden Tratsch und Ratsch mitzubekommen, weil sie, ja, irgendwie sonst auch nichts Besseres zu tun hat und sich so auch über andere Menschen stellen will und, ja, und so wird diese ganze Insel charakterisiert, finde ich. Also generell die Insel, vielleicht liegt es auch daran, weil ich weiß, dass das Stück ursprünglich als Theaterstück gedacht war, schon Mitte der 90er hatte Martin McDonnell die Idee, der ist ja Theaterregisseur und auch Autor und ich finde, dass in dem Wissen sich die Insel natürlich auch wie so eine Freilichtbühne ein bisschen anfühlt, ne, und also war das ja, also was diese beiden Hütten und das Pub und dann diese, diese Felder, die eingeteilt sind in so, diese Steinmauern teilen das ja ein, wie so ein kleines Labyrinth des Lebens irgendwie, ne, und alle, die Figuren laufen, also begegnen sich immer mal wieder, wenn sie über die, die Insel laufen, das, das passt insgesamt zu dem Bild und da ist Dominic einfach auch Teil dieses Netzes einfach und ist vielleicht einfach ein bisschen drin gefangen und das ist seine Tragik. Ja, ich versuche mich mit dieser Antwort mal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht muss ich auch einfach nochmal Nacht drüber schlafen oder zwei. Wusstest du vorher, was Banshees sind? Ne, ich habe es erst im Nachhinein erfahren. Hätte auch noch ein bisschen mehr den ganzen Film, glaube ich, gespoilert. Also ich habe, wusste vorher wirklich gar nichts. Ich habe wieder mal keinen Trailer, ich habe glaube ich zu den letzten zehn Filmen, die wir angeschaut haben, keinen Trailer gesehen, außer zu den Marvel-Filmen, glaube ich. Aber es, ja, macht irgendwie dann doch mehr auch noch Sinn mit diesem, also die Art der Inszenierung auch und die Zeichnung der Charaktere und die Anzahl der Charaktere zu wissen, dass das Ganze mal als Theaterstück gedacht war. Ja, weiß ich, ob man da so viel hineininterpretieren muss, weil es ist ja trotzdem dann ein Filmdrehbuch und gerade jemand wie MacDonald, der ja schon ein paar Filme gemacht hat, weiß ja, wo da die Unterschiede liegen deswegen. Ja. Und generell die Insel, weil ja auch auf dem Festland gegenüber dieser Krieg tobt, wo man mal ab und zu ein paar Schüsse hört oder Explosionen sieht, die immer mal wieder Situationen unterbrechen, hat man auch dieses Thema, dass die Leute leben so vor sich hin automatisch da und dadurch ergibt sich auch wieder die Frage, was ist eigentlich wichtig, weil auf der anderen Seite wird ja ums Leben gekämpft, um soziale Strukturen, um die Zukunft eines Landes wird gekämpft und auf dieser Insel steht halt die Zeit so still, aber es werden genauso essentielle Fragen nach der Existenz eines Menschen gestellt. Ja, das tatsächlich. Oder Film vielleicht, ich weiß nicht, ob dieser Krieg irgendeine Metapherbedeutung nochmal haben soll, also für die Zerrissenheit zwischen Korm und Patrick oder so, das wäre ein bisschen flach. Für mich war es eher so, da drüben geht es auch irgendwie ums Leben, aber auf der Insel genauso, nur auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Ja, ich weiß nicht, ob es allgemein so eine, also irgendwie wird ja der Krieg in dem Film zum Nebenschauspielplatz, in dem er so im Hintergrund passiert oder einfach nur da ist. und ja, also ich glaube, es ist schon möglich, dass es so ein bisschen diesen Konflikt nochmal unterstreicht zwischen den beiden, aber ich fand es auch in der Hinsicht interessant und habe es so eher interpretiert, dass, und das ist ja doch irgendwie Patricks, ich sage immer Patrick. Das ist ja okay, es ist ja eine alte Form von Patrick. Ja, Patrick, dass er irgendwie, also er ist der, der versucht ja trotzdem sein Leben da zu genießen und, und, und möchte ja diesen Konflikt auch beilegen und ich fand diesen Kontrast so, so hart auch eben zu sehen, dass auf der einen Seite eben wirklich um Leben und Tod gekämpft wird und auf dieser Insel den Leuten, bei denen kein Krieg ist, denen es eigentlich gut geht, die sich dann irgendwelche Probleme zusätzlich noch auf, ja, lasten, obwohl sie einfach ein schönes Leben dort eigentlich haben könnten, abseits Iges. Das hat das Ganze, finde ich, noch, ja, extremer eigentlich gemacht. Vielleicht war es, hat es dahingehend einfach geholfen oder war dafür da, weil zeitlich hätte das ja auch 20 Jahre später spielen können und das wäre gleiche Story gewesen. Ja, richtig. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ja, zur Einordnung, wo würdest du ihn platzieren? Er wäre definitiv, weil er ja erst bei uns erst dieses Jahr gestartet ist, aber in den USA und auch auf diversen Feste wird es schon gelaufen das letzte Jahr, wäre er definitiv in meiner Top 3 aus dem letzten Jahr gelandet. Ich fand ihn wirklich, ich fand ihn wirklich stark und für mich auch der beste Film vor Brücke sehen und sterben von McDonner. Okay, krass. Ja, da oben würde ich ihn tatsächlich nicht platzieren, weil, also, es ist ein guter Film, also wirklich, es ist ein guter Film, aber ich mag ihn irgendwie nicht. Das ist, glaube ich, was sehr Persönliches, aber, also es ist echt ein richtig guter Film. Ich habe es auch gemerkt, ich glaube, ich war ein bisschen, ich hatte mehr Redebedarf jetzt als du in dieser Folge. Das ist wirklich tatsächlich so ein Film, wo ich einfach weiß, es ist ein guter Film, es ist schön erzählt, schön geschauspielert, schön geschrieben, aber so viel davon hat mich einfach nicht berührt und ich war davon angenervt, weil es einfach Themen sind, die noch und nöcher erzählt sind, auch wenn mir der Film irgendwie viel zu männlich war und, also, männlich im Sinne von einfach so, wo ich mir dachte, setz euch einfach hin, redet mit jemandem. Ja, das ist so, ja, es ist viel davon einfach schon auserzählt gewesen und das war irgendwie dann, weiß ich nicht, gut dafür. Ja, ist ja, ist ja okay, deswegen, ja, und das, weiß ich, also ich war auch, deswegen reden wir ja drüber, Nikolai. Ja, ich hatte auch irgendwie keine, keine wirkliche Connection zu denen, und ich fand da einfach die Story in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri einfach so viel berührender, auch weil das einfach was ist, was ja auch nicht selbstverschuldet ist und dieser Konflikt, den die beiden haben, den haben die sich halt einfach zumindest calm irgendwie selbst zuzuschreiben, den man einfach nur hätte klären können durch reden und kommunizieren und ja, deswegen, ja, jetzt habe ich da, glaube ich, echt nicht so viel Redenbedarf über diesen Film gehabt, denn ich habe den schon irgendwie früher, wie gesagt, direkt nach dem Gino irgendwo abgehakt gehabt. Ja, das macht es ja so interessant, was man den Film mal reinlesen kann oder eben nicht. Deswegen reden wir ja. Und wenn ihr auch eine Meinung zu dem Film habt, dann könnt ihr uns das ja auch gerne wissen lassen. Ihr findet uns nämlich auf Twitter oder auch Instagram, da haben wir sowas wie Social Kanäle, wo wir auch regelmäßig was posten, unter wtf-abw-podcast. Ihr könnt uns sonst auch ganz oldschool eine Mail schreiben an arewewatchingatmail.de und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, wir hören uns. Hä? Zeit, sind wir fertig? пар antibiotic Untertitelung des ZDF, 2020